Manuel Fettner braucht jetzt einen stabilen, guten und weiten Flug, er muss nichts zerreißen, er darf nicht zu viel riskieren, aber er muss das zeigen, was er kann und Heinz Kutin ärgert sich über keine guten Windverhältnisse. So, jetzt ist er stabil durchgekommen, vorne bleiben, jetzt hat er ein bisschen reingebissen, das muss man objektiv und ehrlich sagen. Ja, wir sollten noch alle reinbeißen, Poppinger reingebissen, Fettner reingebissen, sag ich lieber nicht, was ich mir denke. Sag's, übernimm die Verantwortung, das ist ja wirklich so, das ist ja die Kämpfe da oben und schauen und tun und dann weißt du so, ihn kriegt ja. Es macht ja keinen Spaß. Seitlicher Rückenwind für Manuel Poppinger, nachgespielt von Heinz Kutin, alles andere als zu seiner Freude, fürchte Schneemann, muss gleich daran glauben, aber da hat er sie noch beherrschen können. Die Wut im Bauch des Cheftrainers ist offensichtlich, ganz offensichtlich, Manuel Fettner muss bei 156,5 Meter landen.